Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, was soll ich sagen, heute Abend ist es endlich soweit. Das große WoW Classic Release Event steht an. Ab 0 Uhr heute Nacht könnt ihr quasi WoW Classic spielen. Und in dem heutigen Video möchte ich einfach nochmal euch erklären, was quasi jetzt in Zukunft hier auf meinem Kanal abgehen wird. Was euch in der Launchwoche auf Twitch vor allem erwartet. Ich bin ja vor allem auf Twitch am Start. Ich werde dort die komplette Woche durch streamen. Ja, es wird eine richtig kranke Geschichte. Ich werde quasi Dungeon Leveling machen. Also wir werden versuchen, in einer Woche Level 60 zu erreichen. Ja, das wird schon eine ganz interessante Geschichte. Und genau, das möchte ich euch einfach in dem heutigen Video mal so ein bisschen näher bringen. Und auch einfach, warum ich so unglaublich gehypt auf WoW Classic bin. Also, ich habe damals 2005 mit WoW angefangen. Habe Vanilla durchgespielt. Burning to Date durchgespielt. VOTLK durchgespielt. Und dann am Anfang von Cataclysm mit WoW aufgehört. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, das Spiel hat sich einfach in eine Richtung entwickelt, mit der ich mich überhaupt nicht mehr identifizieren konnte. Also es wurde viel unpersönlicher. Es wurde einfacher und casual-mäßiger. Auf Englisch nennt man das immer so, die Immersion ging verloren. Also dieses Role-Playing-Feeling von so einem epischen Abenteuer, was man irgendwie erleben kann. Es ging einfach verloren und es sind immer mehr Dinge ins Spiel reingekommen, die eben so dieses Feeling für mich zumindest verstört haben. Ja, irgendwelche komischen In-Game-Mounts, die man farmen konnte. Dann konnte man den anderen Blizzard spielen, den Hearthstone oder so, irgendwelche Sachen freischalten, die man dann in WoW verwenden konnte. Und da wurde sehr viel Geld mitgemacht. Und klar, eine Firma will Geld verdienen und so weiter. Aber ich glaube irgendwie immer, dass Blizzard einfach mit diesem Schritt irgendwie den falschen Weg gewählt hat. Ich glaube, wenn man WoW so entwickelt hätte und immer auf die langfristigen Spiele hingearbeitet hätte und auf die langjährigen Abonnenten quasi vertraut hätte und denen das Spiel so entwickelt hätte, wie sie es halt gemocht hätten, dann glaube ich, dass WoW noch viel, viel, viel erfolgreicher hätte sein können, als es halt war. Ja, dann ging irgendwann so zwei Jahre, nachdem ich gequittet hatte, ich weiß nicht mehr genau, wann es genau war, auf jeden Fall, ging dann so die Zeit auf den Privatsörbern los. Ich habe das irgendwie durch Zufall mitbekommen und war irgendwie voll geflasht erstmal, dass es so die Möglichkeit gibt, okay, nochmal zu den alten Versionen von WoW zurückzukehren. Ja, also WoW Vanilla, WoW Burning Crusade habe ich auch gespielt, bei einigen Privatsörbern. Und das war für mich einfach eine super Gelegenheit, weil ich einfach so dieses Spiel einfach immer am besten gefeiert habe. Ja, das war so das Spiel, was ich einfach spielen wollte. Und es war nicht immer einfach, weil natürlich die Privatserver auch viele Probleme mitgebracht haben. Instabile Server, korrupte Game Master, irgendwelche Goldverkäufe, Account Sharing, internationale Communities, wo dann auch die Kommunikation zum Teil sehr schwer war. Aber es war schon eine schwierige Zeit zum Teil auf den Privatsörbern. Aber irgendwie hat es sich immer gelohnt, weil man einfach sein Spiel spielen konnte. Ja, man konnte entweder Vanilla spielen oder eben Burning Crusade. Viele haben auch WoTLK gespielt, was ich nicht mehr so gefeiert habe, aber kann ich auch verstehen, dass das auch viele noch mochten. Und irgendwie war die Zeit auf den Privatsörbern schon eine coole Erfahrung im Nachhinein, würde ich sagen. Ja, man hat da auch viel gelernt nochmal über das Spiel. Man war ja dann auch schon älter. Ja, ich habe dann schon studiert und so weiter. Während ich quasi zum originalen Vanilla Release Schüler war. Das war eine spannende und sehr interessante Zeit auf jeden Fall in den letzten Jahren. Wir haben etliche Gilden gegründet auf verschiedenen Servern, auf verschiedenen Projekten. Und irgendwie war es aber immer unterschwellig so, ja, die Hoffnung, dass halt wie gesagt Blizzard selber eben nochmal, ja, reagiert und eben WoW Classic selber nochmal bringt. Und mit der Ankündigung vor ein paar Jahren auf der BlizzCon, hat dann eben gesagt, wurde okay, wir wollen wirklich nochmal eine offizielle Blizzard-Version von WoW Classic machen. Also die Legacy-Server werden kommen. Ja, das war einfach ein unglaublich geiles Feeling, ne. Also für mich und auch für meine Wheel-Life-Freunde, mit denen wir damals noch viele Gilden gegründet hatten und so weiter. War es einfach unglaublich geil und man konnte sich einfach die ganze Zeit irgendwie drauf freuen, dass man eben dieses Spiel auch nochmal in einer speziellen Version spielen konnte. Dann ging die Zeit mit den Privatservern für mich so vor anderthalb Jahren dann zu Ende ungefähr. Das war, also ich habe auch Nostalios gespielt, auch die komplette Zeit, bis der Shutdown kam. Ich habe auf Elysium gespielt danach, auf Lightbringer. Vorher habe ich auch Quality Gaming, Looking for Group, etliche, die auch wirklich richtig reudig waren. Aber Nostalios war natürlich so der erste Server, wo man dann gedacht hat, boah, krass, ohne. Da ist halt wirklich viel möglich. Da war eine unglaubliche Nachfrage. Und das Team von Nostalios, also dem größten Privatserver, den ich jetzt so je gekannt habe im Vanilla-Bereich, die haben sich dann auch mit den Blizzard-Mitarbeitern im Nachhinein getroffen. Und die sollen anscheinend auch unter anderem dafür verantwortlich sein, dass wir jetzt auch noch WoW Classic bekommen. Von daher, das wird wahrscheinlich keiner von denen jemals hier sehen. Aber auch an der Stelle danke an die Leute, die sich all die Jahre auf den Privatservern engagiert haben, die diese alte Variante von WoW einfach am Leben gehalten haben und die auch immer wieder versucht haben, eine Community aufzubauen und eben einfach diese Message an Blizzard weiterzutragen, hey, da sind mega viele Leute, die einfach dieses Spiel auf diesem Fettstand quasi spielen wollen. Einfach ein unglaublich gutes Spiel, finde ich. Vanilla und auch Burning Crusade sind beides, finde ich, Versionen von WoW, die unglaublich umfassend sind, unglaublich detailliert und gut ausgearbeitet. Und wenn ihr mich fragt, dann werden Weihnachten mehr Leute WoW Classic spielen als Retail-WoW. Und WoW Classic wird auch nicht ausgestorben sein oder die Leute werden auch nicht quitten oder wegrennen oder wie auch immer. Ja, denn am Ende des Tages, Leute, gewinnt immer das bessere Spiel, ja. Die Leute werden das bessere Spiel spielen. Und Vanilla ist halt eben das bessere, oder WoW Classic ist halt eben ein besseres Spiel als das aktuelle Retail-WoW. Das ist halt immer so. Und ich möchte damit jetzt nicht über die Retail-Leute vergraulen. Ich kann auch verstehen, dass Retail-WoW auch viele Facetten hat, die ansprechend sind und die Spaß machen können. Und es werden sicherlich auch noch einige Leute spielen. Ich möchte euch nur mal so ein bisschen hier auch die Angst nehmen, von wegen, dass in ein paar Monaten keiner mehr WoW Classic spielen wird. Also allein ich werde zum Beispiel locker die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall WoW Classic spielen. Weil das ist immer so der Zeitraum, wo man sagt, so ein WoW Classic-Server mit dem Content, den es momentan schon gibt, auf jeden Fall bestehen wird. Also dann wird so Max Ramas ungefähr clear sein nach zwei Jahren, ja. Und genau, aber diese Privatserver-Zeit, wie gesagt, ging dann eben vorbei für mich vor zwei Jahren. Und dann habe ich so langsam angefangen, auf Twitch mein Unwesen zu treiben. Habe jetzt Streamer gestartet, weil ich es einfach interessant fand, weil ich generell den Gaming-Bereich sehr interessant fand. Das habe ich komischerweise echt relativ spät für mich erst entdeckt. Ich habe eigentlich immer schon Computerspiele gespielt, aber erst so vor anderthalb Jahren, vor einem Jahr, habe ich dann wirklich richtig gemerkt, okay, ich will wirklich auch, sagen wir mal so, Hobby-mäßig und vielleicht auch mal immer mehr beruflich auch in dem Bereich was machen. Und ja, dann habe ich quasi auf Twitch weiter Privatserver gestreamt, obwohl ich da eigentlich gar nicht mehr so richtig aktiv gespielt habe. Ich habe dann da irgendwelche Charaktere hochgelevelt und einfach mich mit euch, mit meiner Community, mit den Leuten hier, die sich eben für WoW Classic interessieren, über das Spiel unterhalten. Und das war nicht immer leicht, dass man quasi auf Twitch streamt, ohne ein Spiel zu haben, beziehungsweise ein Spiel zu haben, wo man jederzeit ja auch gebannt für werden kann. Wie gesagt, auf Twitch war es nicht ganz eindeutig, ob man WoW Classic eben bringen darf von den Privatservern oder eben nicht. Manche englische Streamer wurden dafür dann abgemahnt und so weiter, haben einen Copyright-Claim bekommen. Und so dieser Hintergedanke war irgendwie immer da, dass man so ein bisschen Respekt davor hat, dass wenn man live geht, dass man halt eben ein Spiel überträgt, was dann vielleicht, wo man irgendwie Probleme bekommen könnte und die Arbeit dann vielleicht umsonst wäre, wenn man wirklich gemahnt wird. Deswegen, Leute, bin ich unglaublich froh, dass wir endlich an den Punkt angekommen sind heute wo sich alle WoW Classic Streamer, die es da draußen gibt und da gibt es wirklich sehr, sehr viele oder auch die Leute, die sich einfach für WoW Classic schon jahrelang interessiert haben, es aber auf Twitch nicht bringen konnten, weil sie Partner waren, weil sie damit ihr Brot verdient haben, ihre Brötchen und deswegen kein WoW spielen konnten, aber sonst halt vielleicht gerne WoW Classic übertragen hätten. Und für all die, wie gesagt, freue ich mich mega, dass wir endlich unser Spiel übertragen können ab heute Abend, endlich WoW Classic spielen können und ich möchte mit dem heutigen Video, wie gesagt, danke auch sagen an die Leute, die jetzt anderthalb Jahre, ein Jahr ungefähr bei mir hier dabei waren auf YouTube und auf Twitch, das ist nicht selbstverständlich, dass man hier Content bringt zu einem Spiel, das eigentlich noch gar nicht da ist, so mehr oder weniger. Ja, es war schon mal da, klar, vor etlichen Jahren, aber es war immer halt schwer, man hat irgendwie versucht, Content zu machen, man hat irgendwelche Klassen-Specials gemacht im Stream, man hat sich Videos angeschaut, sich darüber unterhalten und ich bin einfach mega froh, dass wir heute endlich alle wieder nach Hause kommen. Ja. Und jetzt noch ein paar Worte zu dem, ja, Event, was auf Twitch quasi bei mir abgehen wird die Woche. Ich werde jeden Tag live sein, ja, wahrscheinlich so 14 Stunden, also es wird richtig kranker Shit. Und wir werden in einer Gruppe hochleveln, ja, mit fünf Leuten und wir werden eine Melee-Cleave-Dungeon-Leveling-Gruppe, ja, wir sind zwei Krieger, ein Schurke, ein Priester und ein Droide und wir werden quasi ab, ja, 0 Uhr, wenn wir reinkommen, also wenn wir reinkommen, mal gucken, werden wir richtig durchziehen und versuchen, ja, so schnell wie möglich Level 60 zu erreichen. Und was mir sehr wichtig ist an der Stelle, weil ich das auch immer gesagt habe, ich würde es Leuten, die neu in Evil Classic sind, nicht empfehlen, mega schnell hochleveln zu wollen. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, weil ich eben nach einer Woche wieder in meinen normalen Rhythmus reinkommen kann. Ich kann dann meine Videos produzieren für euch auf Twitch, auf YouTube und so weiter. Ich kann eben nicht, wie vielleicht einige andere, jeden Abend dann gemütlich ab 19 Uhr hochleveln, sondern für mich ist es halt einfach die effektivere Variante so. Und dazu kommt auch, ich habe oft auf Grattsverband schon hochgelevelt in den letzten Jahren und kenne auch den ganzen Quest-Content in- und auswendig und von daher freue ich mich auch drauf, mal was Neues zu machen beim Hochleveln. Ich freue mich tatsächlich drauf, auch einfach mal vielleicht mehr Dungeons mitzunehmen. Ich finde auch die Entwicklung gar nicht so schlimm. Ja, viele haben jetzt schon die Befürchtung, jetzt leveln alle nur noch im Dungeon rum und dann ist keiner mehr in der offenen Welt. Leute, ja, so viele werden das nicht machen. Und ganz ehrlich, ich fand es eigentlich sogar immer schade, dass die Dungeons, gerade die Low-Level-Dungeons, während der Level-Phase immer so ein bisschen unterbesucht waren, weil eigentlich klar war, dass man da nicht so mega viel EP für bekommt. Ja, und jetzt ist eigentlich die öffentliche Meinung eher so, okay, das lohnt sich schon, einen Dungeon zu machen. Und da finde ich es eigentlich auch cool, dass viele Leute dann vielleicht den ein oder anderen Dungeon mitnehmen werden während der Level-Phase. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, ich bin mega gehypt auf heute Abend. Ich freue mich, dass wir endlich wieder zurück in die ursprüngliche Version von WoW kommen. Ja, der besten Version, meiner Meinung nach. Und ich freue mich auf jeden, der die Woche auf Twitch mal bei mir vorbeischaut. Mein Kanal ist unten verlinkt. Ja, auf YouTube wird es dann vielleicht ein bisschen ruhiger, weil ich, wie gesagt, erst mal eine Woche richtig durchziehen werde. Und in dem Sinne, Leute, wir sehen uns heute Abend in Azeroth. Ja, wir sehen uns heute Abend. Ja, wir sehen uns heute Abend.